hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von arcs survival mit dem sebi der irgendwas tut von dem ich keine ahnung was er gerade macht und der hawk der so ein bisschen stumm ist der sich mit mir über steam unterhält ja der besorgt uns gerade ein bisschen prime meet um unsere kleinen megalodons hierzu haben sieht alles super aus dauert nur ein paar tage so und wenn wir die getarnt haben und der liebe hawk uns das gemacht hat die sattel dann möchte ich mal eine höhle suchen eine höhle seine höhle ja unterwasser höhle ach so dass man unterwasser höhle eine unterwasser höhle also hier sind jetzt so um die 100 9 und 119 119 leder hast jetzt hier ich habe bei mir glaube 400 katz hier raus weil du brauchst das nervt mich ist noch holz ja ich lege noch ein paar andere sachen hier rein die irgendwie unsinnig sind vier davon drei davon aber wieso kann ich hier an diesem scheiß mörser nichts machen das nervt mich warum wird mir werden ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich schlauze jetzt okay ich kann am diesen hinten was machen ich kann gar nichts machen ich will meinen eigenen wieder basteln oder was aber egal solange du das machen kannst ich hab jetzt eh keine mussten zu ja zum basteln ja wenn du willst ja ich brauche eigentlich gar nichts das ist schon scheiße ich esse das jetzt auf und wie weit ist der ganz doch das noch nicht weit guck doch bei ihm zu zähmen wird nicht so schön wie bei meinen weil bei teubel bei ihm ist 1000 bei meinen ist knapp 200 also musst du ordentlich reinbuttern bei deinem ja musst du die ganze zeit beobachten wie viel hat der und so weiter das nervt haben wir sehen wo ist denn der willst du sehen ja warte mal wo ist wb keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe gedacht du hast genommen du hattest doch wb zuletzt ja dann sollte bei ich zu hause sein äh warte mal warte ich wo bist du jetzt hingerannt ah jetzt weiß wo wahrscheinlich er ist warte hier nein warte mal wo ist der ah ja hier glaube ich warte wo wo jetzt w-w-w-was willst du mir zeigen hä wo ist man lol holz feuerstein und steine scheiße ich sehe nichts ey ganze zeit konnte ich so leicht empfinden wo der mein ist und jetzt finde ich ihn nicht ah habe ich schon hier mein flug die noch was machst du da also er frisst jetzt hallo geil der hat zwei gemacht er hat zwei Sättel gemacht wow 580 wo hast du das ganze Zeugs her 580 height 60 zement paste und 400 fieber oh zement das hätten wir noch machen müssen alle haben wir gar nicht ne ich werde bald die auf elektronische sachen zu bauen versuchen der hängt hier im stein ja ich weiß er ist runter geflogen aber ich mache das alles keine sorge hey ho hey ho hey ho ist schon sollte yeah petra auf die fresse wie petra da ist wb auf dem schiff ah ok hast du den da abgesetzt nein nein war ich das etwa wahrscheinlich ich kann mich nicht mehr daran erinnern egal ich überlege mir jetzt was was vielleicht ich baue oben wo ist unser häuschen weil es ist ziemlich breit gell ja die landfläche du verstehst mich oder die landfläche welche landfläche möchtest du möchtest du etwas erschließen ja das ist so so eine treppe oder sowas dass wir kommen von oben und oben sind da unsere Flugdinos oh ja wenn man die da oben parkt guckt man nicht mehr drauf ey ich hab ein ei kannst du eine halbrunde treppe bauen so eine wendeltreppe ja ich glaube schon ich weiß nicht was wollte ich eigentlich ah ja jetzt weiß ich essen haben wir gemacht ja wir schulden dem hawk da noch ein bissl ähm wer ist das heid leder müssen wir ein bisschen müssen wir wieder wieder geben für die sattel dann ok oder ich zumindest ist ja meiner ja ey dann pass auf ich hol mal die da raus um meine schulden zu begleichen welche schulden du hast bei mir keine schulden noch nicht doch ich hab bei hawk schulden achso bei ihm ja bei hawk ich hab bei hawk leder schulden leder schulden wie viel bist du ihm schuldig 580 aber ich hab kein ziel 580 mhm genau bist du durchgeknallt ich hab grad mal so 100 120 circa ich hab so viel dabei weil ich will mir sattel für meins bauen nee nee ich geb dir ein bissl wieder 580 schon recht viel ja schon aber um zement machen braucht man nicht nicht so eine komische maschine das war auch in den mörsen kann man da zement machen wie waren das nochmal weißt du das puh das weiß ich nicht leider ich hab irgendwann mal zement gemacht so erwachsen bin ich auch nicht so intelligent sagen so bieber bauten was meinst du jetzt mit bieber bauten hawk also ich hab mich so verlaufen achso also in bieber bauten da sind in den nestern holz zement und diverse perlen oder perlen und so weiter und so fort das sind so kleine raben ne die klauen alles oder stellen die das her ich sperr mich mal ein nein ich nein ach kacke was ist packe ich jetzt wieder in diesem scheiß ne ne das gibts nicht ich ich backe in diesem käfig wieder fest oh ne scheiß dann mach auf und zu ich bin gleich wieder da ahja einmal kurz ausloggen wieso hab ich gegeben so viel egal der ist gleich fertig aber der der dino ist ein bisschen schneller gegangen dieser dein dino der flug petra tot ja meiner ist männlich gell echt ist petra wirklich weiblich ich glaube schon ja babys machen ja und dann kommen wir mit brater kandel du bekommst du bekommst tausend von den flug dinos und wir bekommen ein steingold jo klar wir auch machen vielleicht kann wir schon verhandeln mit ihm aber nicht du willst mit dem könig handeln der sowieso alles hat ja ich glaube er wird er mir nicht das geben also ich komme nicht mehr drauf auf das selber ne auf dieses fluss so ich glaube muss ich den fluss dann ein bisschen verbessern ach ja boah junge mach fertig welche level wissen wir überhaupt noch zwei levels naja friss endlich bitte friss nur ein bis dann habe ich ich glaube ich auch für den dino vier aufnahme die mich nass gemacht das la 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 Lalalala. Mach ihn so. Du, folgst mich. Hast du fertig? Ja. Meine ist fertig. Zeig. Ey, ich laufe doch gerade mit ihm. Wo bist du? Ja. Er muss nur mal kurz landen. Runter. Leertaste. Wie leertest du? Dann landest du. Ich fliege mit ihm nicht. Hä, der fliegt um dich herum. Ja. Ja. Wo ist der? Wieso heißt der? Eva. Also, das ist die Junde. Wie heißt denn jetzt dein Kumpel da? Jetzt mal. Ey, ey. WB. Ähm. WB? So, jetzt wird er landen. Weil ich abgedrückt nicht folgen. Landete! Heißt er auch WB oder was? Nein, er heißt Sachs-WB. Sachs-WB. Ey. Ey, er Fleisch hat. Der ist doch Fleisch. Aber ne, das ist so ein, äh, nicht normales Fleisch. Das ist die... Ach so. Rohfilet. Ach so. Das ist Prime-Lied. Das ist die feinste Fleisch. Von Tieren. Filet. Okay. Das verdirbt so schnell, ne? Ja. Das... Ich glaub, Bro, so ein... Ich hab das andere mal rausgenommen. Dann nimmt er nur das. Ach so. Ja, du, Ambition ist schon falsch. Es ist Tag! Endlich! Ich... Ich nehme WB, gell? Ach, der nimmt eh nur das Prime. Okay, dann nehm ich das andere da... Rein. Weil ich suche was, gell? Okay. Weil ich will Sattel, äh, für mein... Ja, hab ich! Ja, hab ich! Ja, hab ich! Hab ich dich. Hohoho. Jetzt bin ich froh. Wo bist du? Ah, ja, da. Geh, land! Da bin ich ja mal gespannt, wie schnell das geht. Oh, der braucht ja 10 Tage, ey! Was? Ja, ich weiß nicht, so... Meine Vorstellung davon, wie lange der jetzt da braucht, um... ...getarmt zu werden. Der andere, wie weit ist da? Ich kann mich ja nicht sehen. Vom... Vom... Ach, vom Hawk. Ach so. Ich hab gedacht, meinst du meinen. Ich bin froh, es ist endlich Tag. Nein, 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 nein. Wie viel? Ich glaube noch eins brauche ich. Alter. Okay, jetzt geht's echt schneller. 15 bis 20 Minuten circa, sagt Hawk. Okay, das ist echt wirklich interessant. Ach, du Kacke. Weißt du, dein Flugdino ist am Verhungern? Was? Ich habe ihm gerade das Fleisch von mir gegeben. Er hatte seine Nahrung am 400... äh, 400 gehabt. Wo ist er? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ach, du hast den. Ja. Warum hast du jetzt meinen? Ich habe gesagt, ich nehme WB kurz. Deiner ist auch WB. Aber meiner hat keinen Sattel, du Depp. Ja, aber nenn den um. Das ist doof irgendwie. Okay, wie B2. Nee. Er hat so eine Farbe wie Dünnschiss. Den nennen wir Schiss. Ja, ist klar. Ja, komm. Nein. Alter, wo ist dieses Ding? Level 9 ist ja cool. Wer ist Deins? Liegt da? Mhm. Nee, Deiner ist Level 9. Ah, okay. Nein. Tschüss. Nein. Nicht tschüss. Meiner ist viel hübscher. Schöne Farbe. Guck mal. Warte mal, so. Du wolltest oben benehmen. Neutral. Mhm. Was? Neutral? Na, wir ändern, genau. Entschuldigung. Ich hab Zuckung. Wie sieht's hier aus? Ich hab ihn anders genannt. Wie heißt er jetzt? Schau mal einfach. Ja, der sieht echt aus wie so ein grüner Babyschiss, oder? Ja. Guck mal, der ist so grün. Ey, warte, 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 warte. Ich hab noch bessere Namen. Was denn? Was denn? Scheiße. Na ja. Der hat nicht gelandet. Der landet irgendwo. Komm, komm. Name ändern. Okay, ich drehe mich jetzt um. Ich bin zu gespannt. Ich kann das nicht ansehen. Ich bin so gespannt auf den Namen. Nein, pass auf. Komms. Bis fertig, kann ich gucken. Schiss mit I. E. 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 Schiess. Ne. Schiess. Dünn. Aber einfach kurz. Schiess. 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 Ne, schiess. dünn schieß dünn schieß so jetzt rote dünn schieß ok kann man machen weil er doch den Schnabel hatte ja deswegen aber guck mal sieht doch aus wie Babycar nach einer nach einer Popeye okay ich habe seine Kacke aufgehebt aufgehoben heißt es aufgehoben und jetzt mache ein Experiment mach das ich verliere Leben der hat schon wieder gekackt ich verliere Leben gell du verlierst Leben warum weil ich habe seine Kacke gegessen echt fängt man ein Leben ja kannst du selber mal aus dem Mobil äh Feuer heute ist Gourmetag Special Gourmetag so ein Schieß Fische ich will Fische jagen wo ist der Fisch 60% yeah was 60% Hawks Megalodon ist bei 60% ok meiner ist bei 55% ungefähr wie siehst du das wieso sehe ich das bei dir nicht bei mir wird nur angezeigt dass er bewusstlos ist sonst nix gib mir was ja gib mir was was möchtest du mir geben Hawk ein Asch wird wahrscheinlich oh ja das ist geil ein Ding entziehen ein Fernrohr juhu hallo kannst du das damit dann sehen ah ach so ach so äh äh nein nein ich muss dir was sagen Jogi deiner Kack auch wie ein Weltmeister ja ok Level 16 Tatsache Gesundheit 10 und 61% ach deswegen hat er mir die Prozente ich hab mich schon gewundert boah weiß der das du hä und du ich check mal die Viecher hier ab und du und du Level 14 äh hier willst du es wieder haben na gut warte Dankeschön ok dann behalte ich es ist nämlich ziemlich geil ja ich kann es behalten so und wir sind hier wieder am Ende der einer einer weiteren Folge angekommen ich hab jetzt hier ein super geiles Fernrohr bekommen Fernglas echt vom Hawk verdorbenes Fleisch habe ich bekommen auch nett ja ich sag dann mal tschüss wirst du auch tschüss sagen ja tschüssi tschüssi